Hallo und Willkommen! In diesem kurzen Tutorial zeige ich dir, wie du eine Zahlungsart aus deinem Amazon-Konto entfernen kannst. Melde dich zunächst auf der Amazon-Website mit deinem Konto an. Gehe dann zu Konto und Listen und klicke auf Mein Konto. Wähle dort meine Zahlungen aus. Suche die Karte, die du entfernen möchtest und klicke auf Bearbeiten. Danach wählst du Aus-Wallet entfernen und bestätigst mit Entfernen. Und das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.